Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Herrschaft des Unrechts, die Asylkrise, die Krise des Verfassungsstaates und die Rolle der Massenmedie. Das ist heute Abend das Thema, zu dem ich Sie hier im Lesesaal der Bibliothek des Konservatismus ganz herzlich begrüße. Willkommen heißen möchte ich natürlich auch den Referenten des heutigen Abends, Herrn Ulrich Vosgerau, der sich dankenswerterweise aufgemacht hat, hier in der Bibliothek des Konservatismus sein Buch vorzustellen und nachher auch hier Rede und Antwort zu stehen. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. An der Grenze zwischen Bayern und Österreich findet seit Wochen ein staatlich initiierter Rechtsbruch statt. Die an der Grenze eingesetzten Polizisten betätigen sich auf Anweisungen der Bundesregierung als Schleuse und die Bundeskanzlerin steht an der Spitze eines organisierten Machtapparates, der täglich offenbar bis zu 10.000 Menschen illegal nach Deutschland bringt. So unser Referent Ulrich Vosgerau im Februar 2016 in der Zeitschrift Cicero. Seither erleben wir eine beispiellose Kampagne in den Medien, die einseitig und auch emotional Partei für die nach wie vor anhaltende Migration ergreifen. Um die Debatte zu versachlichen, ist ein Blick in die rechtlichen Grundlagen des Vorgangs sicher hilfreich. War und ist der unkontrollierte Zuzug von zigtausenden Migranten mit unserer Rechtsordnung vereinbar? Ulrich Vosgeraus Buch »Die Herrschaft des Unrechts« lässt daran Zweifel aufkommen. Ulrich Vosgeraus studierte Rechtswissenschaft in Passau, Freiburg im Breisgau sowie Freiburg im Breisgau und absolvierte sein Rechtsreferentariat beim Kammergericht Berlin und bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Danach arbeitete er als Rechtsanwalt in Berlin. Er promovierte sich 2006. 2012 erlangte er die Habilitation. Von 2007 bis 2015 war er akademischer Rat an der Universität zu Köln. Er lehrte öffentliches Recht, Völker- und Europarecht in München, Hannover, Passau, Halle-Wittenberg und Köln. Außerdem hielt er zeitweilig Gastvorlesungen an der Universität Danzig. Darüber hinaus hat Ulrich Vosgeraus zahlreiche Fachveröffentlichungen vorzuweisen. Lieber Vosgeraus, ich danke Ihnen nochmals, dass Sie heute Abend bei uns sind und heiße Sie in diesen Reihen herzlich willkommen. Ja, danke. Schönen guten Abend, versteht man mich einigermaßen. Lieber Herr Dr. Fenske, lieber Herr Gutschow, vielen Dank für die freundliche Einladung hier in die BDK. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen heute Abend. Wir waren ja schon Mitte letzter Woche einigermaßen ausgebucht. Das ist eher ungewöhnlich und dabei geht es heute Abend um so ein trockenes juristisches Thema wie die Herrschaft des Unrechts. Nun, dieses kleine Buch, was ich heute Abend vorstellen möchte, das habe ich eigentlich gar nicht schreiben wollen. Das hat sich ereignet, das ist mir widerfahren. Eigentlich war ich im Herbst 2015 zu einem zunächst unbefristeten Forschungsaufenthalt nach Berlin gekommen, um hier ein eigentlich ganz anderes Buch zu schreiben. Was ich eigentlich vorhatte, war ein Buch zu schreiben über das Funktionieren des politischen Systems, heute in den Zeiten der Globalisierung, wo eben die politische Rolle der Parlamente immer schwächer wird, weil eben in Zeiten des internationalen Handels, grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit, der internationalen Arbeitsteilung, der Globalisierung, auch die Rechtsetzung, Rechtsetzung eben sich internationalisiert und so mit der Zeit ein eher postdemokratisches Zeitalter entsteht, das mit den Mitteln des Völkerrechts errichtet wird, wie ehedem das demokratische Zeitalter eben mit Mitteln des nationalen Verfassungsrechts errichtet worden war. Die Tagespolitik kam mir dazwischen, denn wie Sie wissen, seit Sommer 2015 kam es zu einer massenhaften Einreise von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland über die zunächst noch offenstehende Binnengrenze der Bundesrepublik. Ich spreche hier von Flüchtlingen eben im Sinne des medialen Diskurses. Es liegt auf der Hand, dass die allermeisten, die über die Binnengrenze nach Deutschland eingereist sind und bis heute einreisen, weder asylberechtigt sind im Sinne des Grundgesetzes noch in der Bundesrepublik Deutschland Anspruch auf subsidiären Schutz hätten. Und diese Duldung der massenhaften Einreise, die sogenannte Flüchtlingskrise, wurde seitens der Bundesregierung ja zunächst begründet mit dem juristischen Narrativ, das Asylrecht des Grundgesetzes, Artikel 16a, das kenne keine Obergrenze. Und deswegen sei also auch ein millionenfaches Eindringen von Flüchtlingen jedenfalls zu dulden. Das Folge sozusagen wäre damit ja unmittelbar aus dem Grundgesetz. Später wurde dieses Narrativ dann relativiert, teilweise ersetzt Anfang 2016 durch ein anderes Narrativ, das dann also nunmehr besagte, dass die Bundesregierung ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht nach Artikel 17a der Dublin-3-Verordnung wahrnehme, nachdem also ein Staat, der eigentlich nicht zuständig ist für die Durchführung des Asylverfahrens, dieses doch gleichwohl im Einzelfall an sich ziehen kann. So wurde das dann begründet stattdessen. Das hat genauso wenig gestimmt wie das Asyl-Narrativ. Ich gehe nachher noch darauf ein. Aber es war doch immerhin eine Begründungsrevolution insofern, als dass die Regierung dann zum ersten Mal zugab, dass es eben keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung zur Aufnahme der Flüchtlinge gab, sondern dass es vielmehr eine politische Entscheidung gewesen ist. Das heißt, wenn man diese Entscheidung nunmehr eben durch das Europarecht als gerechtfertigt, als immerhin erlaubt, wenn auch nicht zwingend, hinstellen wollte. Es hat geraume Zeit so ausgesehen, als wenn diese Entscheidungen der Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht mehr würden überprüft werden können. Mich hatten einige Bürger angesprochen, also eine ganze Reihe, einige davon waren auch einermaßen bekannt und hatten mich gefragt, ob ich nicht für sie eine Verfassungsbeschwerde gegen die Grenzöffnung würde einlegen können. Das hätte ich auch durchaus gerne getan, hätte ich gerne übernommen, aber ich musste natürlich vorher beraten über die Erfolgsaussichten, bevor die das machen. Und da musste ich ihnen natürlich sagen, dass sie die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde für geringer halte als 5%. Die Einlegung einer Verfassungsbeschwerde durch Bürger hätte eher symbolische politische Bedeutung gehabt. Das liegt ganz einfach daran, dass der Bürger mit der Verfassungsbeschwerde nicht irgendwelches Staatshandeln, das ihm nicht gefällt, rechtlich überprüfen lassen kann, sondern der Bürger kann mit der Verfassungsbeschwerde nur eine Verletzung eigener Grundrechte geltend machen. Und es gibt im Großen und Ganzen kein Grundrecht auf Einhaltung der Gesetze, kein Gesetzesbefolgungsanspruch durch den Staat. Diese Restchance von 5% könnte ich bei Gelegenheit erklären, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Nun, jedenfalls damals im Spätsommer und Herbst 2015 glaubte man als Volljurist und als akademischer Öffentlichrechtler und Europarechtler geradezu verrückt zu werden. Und zwar speziell über den Umstand, dass sich gegen diese millionenfache Aufnahme von Flüchtlingen, die in Deutschland nicht asylberechtigt waren, denn ein Asylbewerber, der über eine Landgrenze, über die Bundesrepublik Deutschland einreist, kommt auf jeden Fall aus einem sicheren Drittstaat und kann daher in Deutschland nicht asylberechtigt sein. Wir sind nur von sicheren Drittstaaten umgeben. Dies war ja gerade Gegenstand der Verfassungsänderung des großen Asylkompromisses von 1992-93, wo sich die CDU, CSU mit der SPD und auch der FDP dann ja schließlich nach allergrößten Kämpfen geeinigt hatten, den Asylzustrom irgendwie zu beschränken. Das war ja nun gerade der Gegenstand, deswegen lag es auf der Hand, dass es hier nicht ganz mit rechten Dingen zu ging. Und trotzdem regte sich von Seiten der berufenen Juristen, zumal der juristischen Hochschullehrer, der Öffentlichrechtler, kein Wort des Protests. Ja, man hörte tagtäglich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Massenmedien wieder dieses Narrativ 16a des Grundgesetzes, steht keine Obergrenze drin und so weiter. Und um nicht verrückt zu werden, also aus mehr oder minder psychohygienischen Gründen, entschloss ich mich dann also im Spätherbst 2015, diesen populären Artikel im Magazin Cicero zu schreiben, unter der Überschrift Herrschaft des Unrechts. Ich kann jetzt heute nicht mehr beeiden, von wem die Überschrift ist. Vermutlich ist sie sogar von der Cicero-Redaktion, dass ich mir sie gar nicht persönlich überlegt habe. Das ist oft so bei Zeitungen, dass die Redaktion die Überschrift am Ende drüber setzt, egal was der Autor vorher selbst geschrieben hat. Vermutlich stammt sie sogar von der Cicero-Redaktion und nicht von mir. Jedenfalls stammt sie nicht von Horst Seehofer. Also im Cicero habe ich das dann gebracht. Ich hätte natürlich auch in eine Fachzeitschrift gehen können, NJW oder DÖV oder NVWZ oder wie sie alle heißen. Das wollte ich damals zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr machen, denn den Fachjuristen, den Fachleuten für öffentliches Recht, musste der Sachverhalt ja ohnehin mehr oder minder klar sein. So kompliziert war er ja nun auch wieder nicht. Und deswegen habe ich mich damals geschlossen, in die breitere Öffentlichkeit zu gehen. Und dieser Titel, Herrschaft des Unrechts, ist dann von Horst Seehofer in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse, Anfang 2016 dann ungemein popularisiert worden, dass er bis heute ihm zugeschrieben wird. Er hat leider nie Tantiem gezahlt. Wie dem auch sei, das Schweigen der eigentlich berufenen Leute, also Professoren haben eigentlich ihr Amt dafür auf Lebenszeit, das ist ja schon seit dem Preußentum der Aufklärung, dem aufgeklärten Absolutismus ja damals so eingeführt worden, dass Professoren dieses Lebenszeitamt bekommen, damit sie die Regierung kritisieren können, weil man eben schon in der Aufklärung drauf gekommen ist, es könnte ein Vorteil sein, wenn es Leute gibt, die die Regierung kritisieren. Da gibt es eine Parallele und die Parallele ist natürlich die Griechenland-Rettung, die Staatsschulden- und Eurokrise seit 2010. Auch da hat ja schon die Bundesregierung erkennbar rechtswidrig gehandelt, das Eintreten, die Haftung, die Bürgschaft eines Staates für die Staatsschulden eines anderen Mitgliedstaates. Die EU ist eindeutig verboten gewesen im AEUV, damals geltende Fassung. Auch damals hat sich so recht kein großer Protest gerührt. Ein gewisser Unterschied zwischen der Staatsschuldenkrise, Eurokrise 2010 fortfolgende und der Flüchtlingskrise 2015 fortfolgende bestand freilich darin, dass damals 2010 das Parlament als das nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zentrale, weil einzig unmittelbar demokratisch legitimierte Staatsorgan, doch sei es auch in aller Eile noch mit dem Sachverhalt befasst worden ist und dann irgendwie 15.000 Seiten im Bankerenglisch gehalten auf den Tisch bekam und dann gezwungen war, ganz schnell dann Ja zu sagen. In der Flüchtlingskrise ist das Parlament überhaupt nicht mehr eingeschaltet gewesen. Also die vermutlich folgenreichste Entscheidung der deutschen Politik seit 1945 ist ohne Beteiligung des Deutschen Bundestages zustande gekommen, auf rein administrativen Wege. Das dürfte der Verfassung ziemlich sicher selbst dann widersprechen, wenn es tatsächlich so sein sollte, wie die Bundesregierung sagt, nämlich dass sie für ihr Handeln letztlich eine Rechtfertigung aus dem Europarecht zitieren kann. Selbst wenn das so sein sollte, was ich bestreite, wäre es nach wie vor rechts- und verfassungswidrig, dass diese Masseneinwanderung ohne irgendeine Beteiligung, ohne irgendeine Diskussion des Parlaments zustande gekommen ist. Denn es gilt seit 50 Jahren, man kann sagen, es ist eigentlich die zentrale staatsorientationsrechtliche Lehre, die wir überhaupt haben, die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, nach der alle staatswesentlichen, grundrechtswesentlichen, zukunftswesentlichen, kostspieligen und insbesondere nicht revidierbaren staatlichen Entscheidungen vom Deutschen Bundestag als dem einzig unmittelbar demokratisch legitimierten Staatsorgan eben bewilligt und vorher diskutiert werden müssen. Hiergegen hätte die Bundesregierung auf jeden Fall verstoßen, selbst wenn es irgendwo im Europarecht, was ich aber bestreite, eine Regelung geben sollte, die sagt, also äußerstenfalls dürfte eine Regierung selbst das. Ja, selbst wenn, nicht ohne das Parlament. So, und nachdem es jetzt geraume Zeit so ausgesehen hatte, als wenn das Regierungshandeln vor dem Bundesverfassungsgericht nicht mehr angegriffen werden könnte, da die Bürger, die mich nach einer Verfassungsbeschwerde gefragt hatten, dann doch alle wieder zurückzogen, nachdem ich ihnen gesagt hätte, wir können das gerne machen, das hat aber symbolische Funktionen, wir werden nicht gewinnen, da wollten sie doch lieber nicht, da sah es erstmal so aus, als wenn das dann vorbei wäre. Nun hat sich ergeben, ich weiß gar nicht, ob sie es wissen, denn es wird in den Medien nicht allzu groß gespielt, nun hat sich ergeben im Frühjahr diesen Jahres, ist das richtig, ja, im Frühjahr diesen Jahres, dass die AfD-Bundestagsfraktion mich beauftragt hat, gegen das Regierungshandeln nunmehr im Wege eines sogenannten Bundesorganstreits vorzugehen, das ist möglich, eine Fraktion des Deutschen Bundestages kann Rechte des gesamten Deutschen Bundestages prozessstandschaftlich gelten machen, also eine Fraktion rügt, dass die Rechte des gesamten Deutschen Bundestages verletzt worden seien, und diese Klage habe ich nun namens und im Auftrag der AfD-Bundestagsfraktion am 12. April diesen Jahres in Karlsruhe anhängig gemacht. Über die Einreichung der Klage wurde auch durchaus in den Medien berichtet, wie ich fand, auch überwiegend einigermaßen fair und ausgeglichen, wir hatten da so eine Pressekonferenz gemacht, Seither ist aber doch eher Schweigen im Walde, und nach einer Interviewäußerung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, des Herrn Kollegen Froskuhle, der auch als Berichterstatter im 2. Senat unmittelbar für die Klage zuständig ist, in der Welt, habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, als wenn das Bundesverfassungsgericht, der dort zuständige 2. Senat, die Sache doch ein bisschen auf die lange Bank zu schieben gedenkt, bis sie ein bisschen historisiert ist. Wir werden das weiter beobachten, aber die Klage gibt es jedenfalls, sie ist in der Welt, und die ist auch, also die wird auch irgendwann zur Verhandlung kommen. Ja, also, Parallelen zur Euro-Krise, ich habe also diesen Artikel dann gemacht, weil im Lateinischen, qui target, consentire, videtur, wer schweigt, scheint zuzustimmen, da wollte ich dann nicht mehr mitmachen, und damit beginnt dann diese kleine Schrift, ich habe diesen Artikel mit dem sagenhaften Titel von Ende 2015 hier nochmal abgedruckt. Die Situation, die in ihm geschildert wird, die besteht heute so unmittelbar zwar nicht mehr, denn im Frühjahr 2016 ist ja die Balkanroute geschlossen worden, was eben die bayerischen Grenzen doch etwas entlastet hat. Ich habe ihn trotzdem nochmal abgedruckt, das ist das erste Kapitel, weil es darin nicht nur und noch nicht mal primär darum geht, irgendwie die Bundesregierung anzuklagen oder so, das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern ich habe vielmehr auch versucht, eine Erklärung zu finden. Wie kann denn das sein? Wie ist denn das zu erklären, was da gerade mit uns passiert? Also, wie konnte es dazu kommen, dass sich die Bundesrepublik Deutschland in wenigen Jahren von einem Mustergültigen, eigentlich in der ganzen Welt bewunderten, geradezu perfekten Rechts- und Verfassungsstaat in ein Land verwandelt hat, wo die Regierung sich an Recht und Verfassung nicht mehr so wirklich gebunden fühlt und das Parlament dazu schweigt. Und das habe ich versucht, rechtssoziologisch zu erklären, das verfolge ich dann noch weiter und deswegen dachte ich, man kann ihn auch ruhig noch einmal abdrucken, selbst wenn es um eine Situation geht, die so heute unmittelbar nicht mehr besteht. Nun, was passiert also? Da merken Sie ein bisschen eine Parallele zu dem vorhin am Anfang erwähnten, ursprünglich eigentlich geplanten Buch. Ein Merkmal, ich werde zwei Merkmale aufzählen, das eine ein bisschen auffächern, ein Merkmal des allmählichen Überganges von einem demokratischen in ein postdemokratisches Zeitalter ist es, dass politische Entscheidungen gegenüber der Bevölkerung nicht mehr oder nicht mehr unbedingt und nicht mehr in erster Linie mit, sei es parlamentarischen Mehrheiten oder auch nationalen Interessen begründet werden, sondern mit etwas anderem, nämlich mit internationalen Verpflichtungen. Das können Verpflichtungen politischer, zivilisatorischer Art sein, letzteres ist dann immer so ein bisschen ungefähr, oder eben es können auch wirkliche oder angebliche Verpflichtungen rein rechtlicher Art sein. Diese Postdemokratie, die so entsteht, ist immer auch eine Expertokratie. Sie sehen wiederum die Parallele zwischen der Flüchtlingskrise und der Bankenkrise seit 2008, beziehungsweise der Staatsschulden der Eurokrise seit 2010. In diesen Geldkrisen hatten sie auch schon das Phänomen gesehen, dass doch den allermeisten Bürgern die einzelnen Zusammenhänge der Weltwirtschaft und des Währungswesens und des weltweiten Bankwesens im Grunde doch zu kompliziert sind und dass dann die Tendenz da ist, dass der Bürger sich doch tendenziell auf die Politik dann eben verlässt und sagt, die da oben werden es schon wissen, sie müssen es ja wissen, ich kann das im Einzelnen nicht durchschauen, es wird schon stimmen, wenn die das sagen. Das ist in der Flüchtlingskrise tendenziell durchaus ähnlich. Auch die Fragen des Völkerrechts, des Europarechts, speziell eben auch des weltweiten Migrationsrechts sind ebenfalls aus Laien-Sicht durchaus schwer zu durchschauen. Wenn Sie die Zeitungen lesen, dann finden Sie täglich neue Theorien, die Herr Professor Thüm oder andere Ihnen dann unterbreiten, wie es in Wirklichkeit sei, auf internationaler Ebene. Und da steht man dann sprachlos davor als Laie und sagt, naja, also die müssen das schon wissen, das scheint wahnsinnig komplex zu sein, selbst die Europarechtler kennen sich offenbar nicht mehr aus oder wir sprechen sich alle gegenseitig, ist ja auch so. Und das versetzt die Politik wieder in die Lage, wichtige Zeitfragen im Grunde autoritär lösen zu können, also von oben nach unten. Die Bürger müssen nicht von irgendwas überzeugt werden, sondern die Bürger müssen geführt werden, müssen erzogen werden und haben letztlich die Einsicht, also das ist zu kompliziert für meinen Kopf, die da oben werden es wissen. Dieses führt nun aber interessanterweise nicht dazu, dass die Regierungen, beziehungsweise einfach die Verwaltung, nun wieder souverän werden, wie sie es in vordemokratischen, vorparlamentarischen Zeiten gewesen sind. So einfach ist es nicht. Denn diese Regierungen, die einerseits zu einem beträchtlichen Maße jetzt autoritär durchregieren können, mit dem Verweis auf internationale Verpflichtungen, internationale rechtliche Bindungen, im Urteil wichtiger Experten, die das alles durchschauen, diese Regierungen fürchten sich ihrerseits bei ihren Entscheidungen vor den Massenmedien und dem Urteil der Massenmedien. Das hat ja schon Alexander Robin in seinem bekannten Buch Die Getriebenen im Grunde genommen ganz gut analysiert. Ich würde ihm, was den Wirkungsmechanismus angeht und was die Haupttheorie angeht, man könnte sagen, Alexander Robin ist sozusagen der Urheber der Planlosigkeitstheorie. Ich selber würde auf diesem historischen Feld ebenfalls der Planlosigkeitstheorie zuneigen, nämlich die Regierung hat planlos gehandelt aus Angst vor den Massenmedien. Er zeichnet das meines Erachtens ganz gut nach. Er verweist auf die der Flüchtlingskrise vorangehende Geschichte mit dem Flüchtlingsmädchen Rehm. Sie erinnern sich, 2014, da war also die Bundeskanzlerin Merkel diesem palästinensischen Flüchtlingsmädchen begegnet und das hatte dann geweint, weil die Abschiebung der Familie bevorstand. Später ist das revidiert worden. Und dann hatte die Bundeskanzlerin sie zu trösten versucht, was natürlich zwingend in einer letztlich irgendwo auch ungeschickten Weise geschehen muss. Ich wüsste gar nicht, wie man das geschickt machen sollte. Und das hat der NDR dann gefilmt und das war dann Ausgangspunkt einer wirklich gemeinen Kampagne. Da muss man die Bundeskanzlerin mal in Schutz nehmen, was ich ja sonst nicht mache, wo eben Frau Merkel als ganz und gar herzlose und gemeine Frau dargestellt worden ist, die fies ist zu heulenden Mädchen mit braunen Augen. Und Alexander Robin zeichnet meines Erachtens durchaus überzeugend nach, dass hier der Entschluss wurzelte, sowas darf nicht wieder geschehen. Die Medien, zumal der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wird es nicht tolerieren, wenn man also in irgendeiner Weise den Interessen der Asylbewerber in Deutschland nicht nachgibt. Und da sieht er die Wurzel, ich halte das für nicht ganz verkehrt, da sieht er die Wurzel für die spätere Flüchtlingspolitik. Wenn wir das machen, dann kriegen wir eine Medien, also wenn wir die Grenzen zumachen, dann kriegen wir eine Medienkampagne, die wir nicht überstehen werden. Es gibt auch andere Ansichten. Und das können wir hier und heute gar nicht klären. Das müssen die Historiker klären. Das wird in 100 Jahren vielleicht geklärt. Es gibt auch ganz andere Auffassungen von ebenfalls starken Analytikern. Zum Beispiel, ebenfalls in den Medien ziemlich präsent, der dezidiert linke Sozialwissenschaftler, Wolfgang Streeck, gemeinhin ein starker Analytiker, der sagt nun ständig, also wer sowas macht, über Jahre hinweg, wie eben die Grenzöffnung durch die Bundesregierung, der handelt nicht ohne Plan. Die handeln nicht ohne Plan. Und in der Tat, es mag einem auffallen, dass die Politik der Regierung, also die Grenzöffnung und die Gestattung wahlloser Einwanderung, vor allem sozusagen die Abschöpfung des Bevölkerungsüberschusses des Nahen Ostens und auch Afrika, Hintergrund desselben, ist natürlich immer die Bevölkerungsexplosion. Dieses Wort, was Sie nie in den Medien hören, die Überbevölkerung, was nie vorkommt in den Zeitungsberichten, das ist der Hintergrund von allen, dass diese Gestattung dieser Zuwanderung doch in frappierender Weise gewissen Empfehlungen ähnelt, die die Bertelsmann Stiftung seit vielen Jahren mit großer Energie der Politik unterbreitet. Allenfalls mit dem Schönheitsfehler, das jedenfalls meines Erachtens, oder zu meiner Kenntnis, die Bertelsmann Stiftung bisher nicht gefordert hat, holt nur die Männer. Ja, also die hat immer gefordert, holt wen auch alle, wir kriegen jetzt schwerpunktmäßig die Männer. Ich würde trotzdem nicht der Plantheorie zuneigen, sondern ich kriege ja auch zahlreiche Hinweise. Also ich arbeite ja auch teilweise journalistisch, ohne das eigentlich zu wollen, aber wenn man irgendwas veröffentlicht, dann werden einem Dinge zugeschickt, von beispielsweise von Beamten, die in diesem Zusammenhang arbeiten. Ich kann Ihnen so über den Daumen gepeilt sagen, im Bundesinnenministerium sieht es so aus, dass da etwa 70% der dortigen Volljuristen Polizeirechtler sind, konventionell denkende Polizeirechtler, die ich teilweise ausgebildet habe in Köln, denen also die ganze Sache sehr unheimlich ist. Und etwa 30% allenfalls sind eben Migrationsrechtler, Ausländerrechtler, die dann ihre eigenen Theorien jeweils haben. Also von der Seite kriegt man dann Hinweise, wie es denn abgelaufen ist und wie bestimmte Dinge im Einzelnen gewesen sind. Und diese bestärken mich eher, Alexander Robin mit der, nein, Robin Alexander recht zu geben mit der Planlosigkeitstheorie und keinen übergeordneten Plan dahinter zu vermuten. Es gibt ja sogar, es gibt ja sogar in der Politikwissenschaft den Begriff der Skandalokratie. Das ist jetzt natürlich eine künstliche Wortschöpfung, ja, es heißt ja wörtlich die Herrschaft des Skandals. Ein Skandal kann nicht herrschen, er ist kein Akteur. Aber das nennen manche Politik- und Medienwissenschaftler so, sie wollen damit sagen, mit der Skandalokratie, dass sich in der heutigen Zeit die Struktur politischer Herrschaft und politischer Veränderung maßgeblich geändert hat zu früheren Zeiten. Auch das gehört in den Zusammenhang der Postdemokratie. Während also früher und herkömmlicherweise die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die großen Neuorientierungen hergestellt worden sind, entweder ganz einfach durch Wahlen, denken Sie etwa an die Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler oder vorher noch die Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler und eben nicht Kurt Schumachers, das war eine ganz große Weicherstellung, also entweder so bewirkt werden oder aber bewirkt werden durch große und jahrelange gesellschaftliche Debatten, die schließlich in abgekürzter und geraffter Form in parlamentarische Debatten überführt werden und dort im Parlament erschließend irgendwie entschieden werden. Denken Sie an die Ostverträge, denken Sie an den NATO-Doppelbeschluss oder schon in einer ziemlichen Spätphase an die Hauptstadtfrage, die ja völlig offen im Deutschen Bundestag debattiert wurde. Die Lehre von der Skandalokratie sagt nun, dass es heute einfach nicht mehr so läuft, sondern dass in der heutigen Zeit die großen politischen Veränderungen, die neuen Weichenstellungen durch Medienskandale herbeigeführt werden. Und darüber gibt es eine große Literatur, die von Medienwissenschaftlern betrieben wird. Diese habe ich auch rezipiert. Die gebe ich auch kurz wieder, was ich mir zusammengelesen habe. Es gibt da gerade in den letzten Jahren ausgegebenen Anlass, weil es eben so aktuell geworden ist. Eine ganze Reihe von spezifisch medienwissenschaftlichen Untersuchungen, etwa von Hans Matthias Kepplinger, von Uwe Krüger, von Ulrich Teusch und natürlich überlebensgroß im Hintergrund stehen von Elisabeth Nülle-Neumann. Das ist die akademische Lehrerin von Hans Matthias Kepplinger gewesen. Diese rezipiere ich, diese zitiere ich auch. Ich wollte bei meinen Untersuchungen über die Rolle der Massenmedien freilich der etablierten Medienwissenschaft, die also groß angelegte empirische Untersuchungen dazu durchführt, was eigentlich so in der Zeitung steht, jetzt keine Konkurrenz machen. Das kann ich auch nicht. Sondern ich gehe die Sache bei mir dann anders an und denke, dass das auch eine sinnvolle Ergänzung zur empirisch forschenden Medienwissenschaft sein mag. Ich analysiere nämlich einen einzigen Fall, den ich besonders gut kenne, den ich jetzt bungenermaßen besonders gut selber zur Kenntnis nehmen musste. War nämlich mein eigener Fall. Der eignete sich so, dass ich einen kleinen Vortrag hielt. Der war gar nichts Besonderes. Einfach über Rechtsfragen des Asylrechts unter Einbeziehung des internationalen Rechts in München. Und darüber berichtete die Süddeutsche Zeitung. Sie berichtete schon 13 Tage vorher darüber. Also kündigte nicht eigentlich meinen Vortrag an, sondern rief zu Gegendemonstrationen auf. Da gab es irgendein lokales Bündnis vor Ort. Irgendwas bleibt bunt. Das rief also zu Gegendemonstrationen auf. Also wie gesagt, gegen einen Fachvortrag. Weil die hatten irgendwie rausgefunden, ich hätte geschrieben, Grenzöffnung sei nicht so hundertprozentig in Ordnung. Deswegen muss man dagegen demonstrieren. Die Süddeutsche Zeitung machte sich zunächst zum Sprachrohr dieses Protestaufrufes. Und 13 Tage später fand der Vortrag statt. Ich hatte zunächst den Eindruck, es war gar keine Presse im Raum. Ich habe zumindest keinen gesehen. Ich war darüber aufrichtig enttäuscht. Weil ich dachte, Mensch, jetzt hätte die Süddeutsche Zeitung mal da sein müssen. Die hätte den Vortrag mal hören müssen. Und dann hätte sie doch schreiben müssen, das war echt jetzt differenziert und rein rechtlich. Und das Publikum war so toll vorbereitet, hat so kluge Fragen gestellt. Das war doch viel besser, als sich jetzt zum Protest auf den Rathausmarkt zu stellen und immer Rassismus zu schreien. Hätte ich gedacht. Wenn die jetzt da gewesen wären. Das Dumme war, die waren da. Und die haben berichtet. Und als ich den Bericht dann las, da habe ich mich sehr erschrocken. Das war also, ich dachte dann, als ich den Bericht gelesen hatte, also sehr sorgfältig und sehr, sehr mehrmals, dachte ich wirklich, ich habe nie zu denen gehört, die also Lügenpresse geschrien hätten. Das war mir auch nie sympathisch. Ich mag so starke Äußerungen. Ich bin jetzt auch kein Typ, der irgendwo demonstrieren würde und da irgendwie schreien will. Aber nachdem ich diesen Bericht der Süddeutschen Zeitung gelesen hatte, dachte ich dann, wenn ich das nicht Lügenpresse nenne, dann müsste ich ja selber lügen. Das war also schockierend. Ich habe dann auch versucht, dagegen zu prozessieren, allerdings weitgehend erfolglos. Also zu zwei Dritteln erfolglos. Prozesse gegen Medien sind also fast nie erfolgreich durchzuführen. Dagegen steht die Pressefreiheit, egal was da drin steht. Und dann habe ich das ein bisschen zu bewältigen versucht, indem ich dann meinerseits darüber geschrieben habe, weil diese beiden Artikel dann über meinen Vortrag andererseits auch wieder ganz gut waren. Also wissenschaftlich waren die hochinteressant, wenn man sie analysierte, weil man da nämlich feststellen konnte, mit welchen Tricks im Einzelnen, ich konnte dann fünf Komplexe so auseinandersortieren, mit welchen Tricks im Einzelnen manche Medien arbeiten, wenn es darum geht, Menschen, die der vorbehaltlosen Grenzöffnungspolitik skeptisch gegenüberstehen oder die fragen, ist das eigentlich klug, ist das in unserem Sinne oder ist das überhaupt rein rechtlich gesehen so in Ordnung. Also mit welchen Tricks man versucht, diese Menschen, die sich dann noch so sachlich und differenziert und vorsichtig äußern können, eben als rechtsradikale Schreihälse hinzustellen. Also ihnen das Wort im Munde herumzudrehen, manchmal auch was dazu zu dichten, auch das kommt vor, um die eben also ganz schlecht aussehen zu lassen. Und das habe ich dann eben in meiner Schrift an einem Einzelfall, der natürlich dann nicht objektiv ist. Das ist ein Einzelfall, den ich versucht habe, möglichst kühl, so war das eben möglichst, zu analysieren. Aber ich halte es für einen Beitrag zu der Medienwissenschaft, dass man einen Fall mal analysiert. Und für mich war es hochinteressant, weil ich ja ohnehin, also im Nachhinein, als ich drinsteckte, war es sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber im Nachhinein ist es hochinteressant, auch wissenschaftlich, weil ich ja ohnehin drüber nachdachte, wie schaffen es Massenmedien und allen voran natürlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, die Politik vor sich her zu treiben und die Politiker sozusagen zu Entscheidungen zu treiben, die eigentlich unklug sind, aber die sie treffen müssen, um nicht skandalisiert zu werden. Und während ich über diese Frage abstrakt nachzudenken versuchte, erlebte ich selber am eigenen Fall, worin die Drohung eigentlich besteht. Also was die Politiker eigentlich fürchten. Nämlich, dass sie entsprechend verleumdet oder entsprechend übel hingestellt werden in den Medien. Ein ganz wesentliches Problem in Deutschland und das wird eben an der Flüchtlingskrise sichtbar, besteht darin, dass die Politiker also kaum Zeit haben, über die Frage nachzudenken, über die nachzudenken, sie eigentlich gewählt sind. Nämlich die Frage, was muss jetzt als nächstes in Deutschland also passieren? Sondern die Politiker sind eher damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie kann ich es bloß verhindern, in den nächsten 14 Tagen zum Objekt einer konzertierten Medienkampagne zu werden, in der mein Ansehen gezielt zerstört wird und herrkewürdigt, bis sich schließlich sogar meine Parteifreunde und meine Weggefährden eben von mir abwenden, um nicht auch in diesen Strudel der Vernichtung hineingezogen zu werden. Das ist schon etwas, das Politiker umtreibt und das Politiker beeinflusst. Und auf der anderen Seite, das können Sie auch beobachten in Medien, gibt es so vereinzelt politische Lichtgestalten, die sozusagen die grünen und egalitären Fortschrittsideen vieler Journalisten so perfekt verkörpern, dass sie skandalmäßig unverwundbar zu sein scheinen. Ich nenne mal willkürlich zwei Namen, das ist einmal Ursula von der Leyen und dann noch viel extremer Daniel Kohn-Bendit. Also Ursula von der Leyen, was sie schon in ihrer Anfangszeit, als sie gerade erst Ministerin in Niedersachsen geworden war und dann ihre Lebensläufe verbreitet, die dann sich als grob gefälscht hinausstellten, also von Forschungsaufhalten in Harvard war der die Rede und von lebenslänglicher Berufstätigkeit als Fachärztin parallel zu den sieben Kindern, hat man dann später gesagt, das hat irgendein Subalternbeamter geschrieben, da kann sie nichts dafür. Also jeder andere wäre darüber gestolpert. Daniel Kohn-Bendit, muss ich nicht darauf eingehen nochmals, was der am Hacken hat, es hat nie zu einer Rücktrittsforderung geführt, es hat nie zu ernsthaften Schwierigkeiten geführt. Es gibt bestimmte Leute, die den Idealen der Medien so perfekt genügen, die scheinen in Drachenblut gebadet zu haben. Die sind in der Mediengesellschaft immun, gegen Rücktrittsforderungen und sonstige Nachdenken. Und da wollen sie alle hin. Da wollen sie alle hin. Das wollen sie alle erreichen. Und die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, hat das ja offenbar auch erreicht. Also etwa 80% der Massenmedien sagen heute, unsere Aufgabe ist es, die Bundeskanzlerin irgendwie im Amt zu halten. Okay. Wenn also die Politik, zurück zum Anfang, in der beginnenden Postdemokratie, politische Entscheidungen immer stärker mit dem Verweis, zum Beispiel auf internationales Recht begründet, was wir heute erleben. Man sagt den Leuten, in der Asylfrage ist das offensichtlich, wir müssen das so und so machen, wir müssen alle reinlassen, um erstmal zu prüfen, welcher Staat eigentlich zuständig ist. Das steht so im Europarecht. Das müsst ihr jetzt mal glauben. Machen zwar andere europäische Staaten auch nicht. Das ist sehr bedauerlich. Aber wir halten uns ans Europarecht. Müsst ihr jetzt mal glauben. Also, wenn man das so begründet, diese Begründung kann ja auch durchaus stimmen. Sie stimmt nur nicht immer. Und als Faustregel habe ich eigentlich in langjähriger Beobachtung hier etwas herausarbeiten können. Nämlich folgendes. In denjenigen Fällen, und die sind gar nicht selten, wo die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich durch internationales Recht, und das ist vor allen Dingen das Europarecht, also die EU-Rechtlinien, in der Sache rechtlich gebunden ist, sodass also langatmige Parlamentsdebatten im Bundestag und Ausschussarbeit und so, was trotzdem nach wie vor gemacht wird, im Grunde keine große Rolle mehr spielen, weil das Ergebnis der Gesetzgebung vorab bereits feststeht in Gestalt der europäischen Richtlinie. In diesen Fällen, wo das wirklich so ist, da stellt die Politik das nicht heraus, sondern vertuscht diesen Zusammenhang eher, weil sie den Leuten ungern sagen will, wie wenig der Deutsche Bundestag, den wir alle vier Jahre mit Brimborium wählen, eigentlich heute überhaupt noch zu sagen hat. In diesen Fällen haben wir oft so eine, solche legitimatorischen Lehrformeln hören wir da, wie, das haben wir seinerzeit demokratisch so beschlossen. Und deswegen können wir heute nicht anders handeln. Was ja nicht stimmt, demokratisch heißt ja, man kann es jeden Tag wieder ändern. Das hat sich inzwischen ein bisschen herumgesprochen. Ich würde sagen, bereits seit Ende der 90er Jahre, da gab es nämlich mal diesen spektakulären Zeitungsartikel in der Welt am Sonntag von Lüder Gerken und Roman Herzog, wo die also dem breiten Publikum einmal erklärt haben, dass etwa 80 Prozent der deutschen Bundesgesetze in der Sache inhaltlich bereits durch europäische Richtlinien determiniert sind. Und der Bundestag muss zwar trotzdem Gesetze machen im üblichen formellen Verfahren mit drei Lesungen, Ausschussarbeit und Abstimmung, alles schön und gut, aber der Inhalt der Gesetze stand vorher bereits fest. Und der Deutsche Bundestag unterliegt einer Umsetzungspflicht. Das heißt, eigentlich ist es dann problematisch, man kann gar nicht mehr richtig von der Legislative sprechen, denn die Sacharbeit, die der Bundestag macht, hat dann eher, in diesen 80 Prozent der Fälle, eher Ähnlichkeit mit einem Verwaltungsorgan, nicht? Denn ein Verwaltungsorgan setzt bestehende Gesetze um, während die Legislative, stellt man sich vor, unter Inanspruchnahme des inneren Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes, repräsentiert im Deutschen Bundestag, eben dann souverän Gesetze macht. Also in 80 Prozent der Fälle geht das schon nicht mehr. Wenn Sie jetzt wissen wollen, kurzer Exkurs, auf welchen Gebieten das denn so ist, dass der Bundestag nichts mehr zu sagen hat, das sind ganz unterschiedliche. Das ist die Umsatzsteuer zum Beispiel. Das sind zum Beispiel Regeln, wie das bekannte Antidiskriminierungszivilrecht, was ja schon vor etlichen Jahren erstmals eingeführt worden ist, unter dem Namen zunächst Antidiskriminierungsgesetz. Inzwischen heißt er schon ein paar Jahre Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das hat man so umgetauft, das ist ein allgemeines Framing, weil man ja nicht gegen allgemeine Gleichbehandlung sein kann. Deswegen heißen auch die Migranten alle Flüchtlinge, weil man ja schon sprachlich kaum sagen mag, ich bin gegen die Einlassung von Flüchtlingen. Ja, da sträubten sich ja die Haare, wenn man welche hat. Also deswegen Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Das zum Beispiel besagt, wenn Sie Wohnungseigentümer sind und da stehen verschiedene Mieter vor der Tür, die es werben wollen, die sich alle bewerben, also das Ehepaar mit den zwei kleinen Kindern. Das können Sie getrost abweisen. Ja, wenn Sie Angst haben, die Kinder machen Lärm, das ist ja schrecklich. Bloß weg mit denen, das dürfen Sie machen. Aber wenn dann ein homosexuelles Paar vor der Tür steht, das keine Kinder kriegt, das sollten Sie nicht machen. Ja, da können Sie schadensersatzpflichtig sein, das ist Diskriminierung. Solche Regeln gehen auf das Europarecht zurück. Es bringt nun nicht viel, wenn Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten deswegen böse Briefe schreiben. Der schreibt sich ja irgendwas zurück, das haben wir demokratisch so beschlossen und Diskriminierung ist nicht gut. In Wirklichkeit müsste er aber schreiben, lass mich in Ruhe, ich kann auch nichts dafür. Ja, wir müssen das umsetzen, wir kriegen das aus Brüssel. Das wäre die Wahrheit. Oder ein anderer Bereich, wo wirklich alles, wo wirklich der Satz stimmt, wir können da nichts entscheiden. Also da hätte Thümen sozusagen recht, es kommt alles aus Brüssel, wir müssen das so machen, ist eigentlich das gesamte Umweltrecht. Man denkt ja immer, auf den ersten Blick Umweltminister zu sein, egal wo, er scheint immer ein ziemlich dummer Job zu sein. Weil man ist immer der Buhmann und es kommen also jedes Wochenende die Bauern mit dem Trecker angefahren und kippen den Mist vor das Ministerium, weil sie gegen irgendwas protestieren wollen. Und eigentlich müsste man denen sagen, müsst ihr nicht bei mir hinkippen, ja, ich erfülle hier nur Richtlinien aus Brüssel. Der Umweltminister hat eigentlich nichts zu sagen. Wobei fällt mir ein, also in manchen Einzelfällen kann es auch sehr schön sein, Umweltminister zu sein. Glaubt man nur nicht. In meisten Fällen muss es ganz schlimm sein. Es gibt ja jetzt, oder gab ja jetzt in Schleswig-Holstein den Umweltminister Robert Habeck. Ist es noch oder hört jetzt gerade auf? Und über den kann man ja, also da muss es toll sein, Umweltminister zu sein, über den kann man nun jeden Tag eigentlich in den freien Medien lesen, dass er der klügste Mann ist, der je auf Erden gewandelt hat und schön ist er außerdem. Und das ist eben ein Unterschied, ja, in der Türkei schreiben die Zeitungen das auch über bestimmte Regierungsmitglieder, aber da müssen sie es und hier machen sie es freiwillig. Wobei, wenn der Redakteur was anderes schreibt, fliegt er auch raus, weil das ist die Kehrseite von der Freiheit, man kann überall rausfliegen, aber es ist jedenfalls schön, dass wir so eine freie Presse haben. Deswegen kann uns niemand vorenthalten, wie schön Robert Habeck ist. Das werden wir immer dann doch erfahren. Okay, in anderen Gebieten, wo die Politik die supranationale Bindung der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise die Bindung durch diese supranationalen Rechtsvorschriften besonders herausstellt und propagiert, im Umweltrecht erfährt man das ja nie. Ich kann mich an keinen Umweltminister erinnern, der mal rausgegangen wäre und gesagt hat, ich bin jetzt Umweltminister, ich muss euch gleich sagen, ich habe nichts zu sagen, ich könnte auch Staatssekretär sein, aber ich muss das jetzt machen. Da wird es ja immer vertuscht. Und in anderen Gebieten wird es aber herausgestellt. Da sagt man es den Leuten, wir müssen das jetzt so machen. Supranationale Bindung, internationales Recht, internationale Verpflichtung. Und wenn das aber so herausgestellt wird, dann, Merksatz, dann stimmt es meistens nicht. Zwei kurze Beispiele. Ein drittes mache ich dann doch noch. Nö, zwei kurze Beispiele. Ich komme aus dem Bildungsbereich. Erstes Beispiel, ganz einfach, Bologna-Reform. Wo also die Universität, ich glaube so etwa ab 99 sehr stark umgestellt worden ist, die Studiengänge so in Richtung Verkürzung, Verschulung, Vereinfachung, Verblödung und Berufsorientierung. Man weiß nur nicht genau, an welchem Beruf. Das war ein Vorhaben, das ist jahrelang durch nationale Bildungsgipfel geplant und vorbereitet worden. Die Bertelsmann Stiftung hat auch eifrig daran gearbeitet, aber dummerweise zeigte es sich, es wurde nichts. Weil das die Kultur, da ist bei den Ländern und keiner wollte anfangen. Die eigene Universität zuerst zugrunde zu richten. Man hat sich immer gesagt, wenn wir jetzt in Baden-Württemberg anfangen, unsere Universitäten kaputt zu machen und die machen in Bayern nicht mit, ja, wie stehen wir dann da? Und deswegen war das nicht umzusetzen, solange es national war. Also hat man sich den Bologna-Prozess ausgedacht. Da gab es also erstmal die sogenannte Sorbonne-Erklärung von etlichen nationalen Bildungsministern. Dann gab es endlich die Bologna-Erklärung als Nachfolgemodell. Alle diese Erklärungen sind und waren niemals im Mindesten rechtlich bindend. Das waren alles höhere Kaffeekränzchen, wo sich Minister zusammengesetzt haben, die gar keine Kompetenz haben, weil beispielsweise unser bundesdeutscher Bildungsminister hat ja überhaupt keine Kompetenz, irgendwie Studiengänge in den Bundesländern, die Bundesländer sind zuständig für die Universitäten, irgendwie neu zu regeln. Da haben sich zumeist gar nicht zuständige Minister getroffen zu einem höheren Kaffeekränzchen und haben gesagt, die Abiturrenten sollen früher an die Universität und das Studium soll kürzer dauern. Mehr war das nicht. Man hat aber seither immer verkündet in Deutschland, wir sind jetzt gebunden, wir müssen den Bachelor einführen, den Master und wir müssen den Diplomingenieur abschaffen. Das geht nicht anders, weil das ist der Bologna-Prozess. Das ist internationales Recht, das sind Vereinbarungen auf allerhöchster Ebene. So Atlantik-Charta hoch zwei mindestens. Alles Quatsch, ja, alles Quatsch. Waren alles nur ausgehen, hat nicht gestimmt. Eine andere Sache, davon sind jetzt viele Eltern betroffen, ist die bekannte Inklusion, von der Sie jetzt auch so viel hören. Da will man also mit Gewalt teils geistig schwerbehinderte Kinder an reguläre Schulen zwingen. Das führt dann teilweise dazu, dass dann in einer Klasse bis zu vier behinderte Kinder durch die Klasse toben und ihren Kameraden Apfelsaft ins Gesicht spucken, während der Lehrer an der Tafel vorne steht und versucht gleichzeitig die Infindiesemalrechnung Newtons zu erklären. Das ist eine Herausforderung. Teilweise klappt das nicht so gut. Diese Inklusion wird ebenfalls als rechtlich zwingend herausgestellt. Wir müssten das so machen, sonst würden wir ein Paria-Staat, weil wir internationalen Menschenrechten zuwiderhandeln würde, wird zurückgeführt auf die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 24, um genau zu sein. Das ist natürlich auch wieder Unsinn. Das stimmt nicht. In dieser Wirkung, also mal davon abgesehen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention kein bindendes Recht ist. Es ist nur eine Konvention, es ist keine Verlautbauung des Jürgensicherheitsrats oder es ist kein bindendes Recht. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es gibt auch Softlaw im Völkerrecht, das so moralische Zwangswirkung hat. Das kennt man im Völkerrecht durchaus. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ein ganz anderer. Dieser Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention, der richtet sich an Staaten und das sind unter den knapp 200 Staaten der Welt ja etliche, wo es überhaupt keinen Schulunterricht für behinderte Kinder gibt. Die werden dann tagsüber zu Hause angebunden. Also ganz abscheuliche und schreckliche Bedingungen und diesen versucht sich diese Behindertenrechtskonvention entgegenzustellen und sagt, die müssen auch irgendwie in die Schule gehen können. Die kann man nicht tagsüber zu Hause festbinden. Das ist ja barbarisch. Die Bundesrepublik Deutschland war niemals davon betroffen. Die Bundesrepublik Deutschland hatte nämlich im internationalen Vergleich mit großem Abstand das beste Sonderschulsystem auf der ganzen Welt. Es gibt auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares. Wir haben an jeder Universität mehrere Lehrstühle, nur für Sonderpädagogik. Wir haben extra ausgebildete Lehrer, wir haben extra Schulen. Das sind ja staatliche Schulen. Jeder Behinderte in Deutschland hat das Recht, staatliche Schulen zu besuchen. Die Sonderschulen sind staatliche Schulen. Das steht nicht in der Behindertenrechtskonvention, es müssen Gymnasien sein. Also auch das ist also einfach so eine Falsfleck-Geschichte. Es gibt da keinen Rechtszwang, wird nur immer von der Politik behauptet. Um jeden Protest und jede sachliche Diskussion über diese Frage zu ersticken unter dem Vorwurf, wollen wir hier zu Nordkorea werden? Wollen wir hier ein Paria-Staat werden, der den internationalen Menschenrechten zuwiderhandelt? Das ist totaler Unsinn. Und ein drittes Beispiel, um ein bisschen zum Thema zurückzufinden, das kennen Sie wiederum aus dem täglichen Konsum der Massenmedien. Das ist jetzt die allerneueste Theorie. Man versucht ja, gerade wenn man so als Prozessbevollmächtig Bevollmächtig da in so einem Verfahren agiert, selbst wenn mein Verfahren jetzt noch nicht so richtig in den Tritt gekommen ist, leider, dann versucht man ja instinktiv den nächsten Schritt der Gegenseite ein bisschen zu antizipieren. Das ist mir in diesem Fall nicht gelungen, weil die denken es ja teilweise Sachen aus, auf die ich nicht gekommen wäre. Nun haben die sich das auch nicht so sehr für mich ausgedacht, sondern das hat sich das Kanzleramt für Herrn Seehofer ausgedacht, um den zu beschäftigen. Erinnert so ein bisschen an Inklusion, also Beschäftigungstherapie. Die neueste Theorie, die Sie derzeit in allen Zeitungen finden und die da lautet, wenn die Bundesrepublik Deutschland an den Grenzen zur Frage der Zurückweisung gewisser Asylbewerber, die schon ganz woanders nicht nur registriert sind, sondern auch schon einen Asylantrag gestellt haben, wenn man also diese nun im Rahmen der nunmehr stattfindenden Grenzkontrollen wenigstens zurückweisen will, dann, lernen Sie aus der Zeitung, dann geht das nicht so, sondern, dann muss die Bundesrepublik Deutschland zunächst mit anderen Staaten, zum Beispiel Spanien, einen bilateralen völkerrechtlichen Vertrag abschließen, der ihr die Befugnis erst verleiht, sei es das nationale Recht, sei es das Europarecht, ganz einfach anzuwenden. Wird jetzt gesagt, wird jetzt gesagt, wir müssen jetzt mit Spanien verhandeln, sonst geht das nicht. Da muss man jetzt kein Völkerrechtler sein, um die Absurdität dieser Konstruktion zu beschauen, auf die auch vorher noch keiner gekommen ist, weil Sie müssen sich ja nur einfach mal vorstellen, was wäre denn, wenn Spanien es ablehnt, diesen bilateralen Rechtsanwendungserlaubnisvertrag mit uns abzuschließen? Was machen wir dann? Können wir gar nichts mehr anwenden, weil Spanien uns das nicht erlaubt. Und bisher hatte man immer gehört, ja, also es sei vielleicht nach dem nationalen Recht zwingend, Asylbewerber aus sicheren Drittstaaten, um einen Pass und so an der Grenze zurückzuweisen, sofern Grenzkontrollen stattfinden, was hier der Fall ist, aber das werde irgendwie überlagert vom Europarecht. Es gäbe da geheimnisvolle Vorschriften, die sagen, gilt für ganz was anderes, erst müssen alle rein, hatten wir bisher gehört. Nun hören wir, dass selbst das Europarecht mit diesen Vorschriften, die alles überlagern, gar nicht zur Anwendung kommen kann, solange wir nicht erst einen bilateralen Völkerrechtenübertrag mit einem anderen Land wie zum Beispiel Schwein haben, der uns erlaubt, das überhaupt anzuwenden, das Europarecht. Also es ist sehr seltsam, ja, Sie müssen schon sehen, das ist verrückt, deswegen nicht ganz ernsthaft. Ja, das sind unter erstens, war jetzt mal ein langer Kurs, unter erstens, typische Merkmale, an denen wir den allmählichen Übergang in ein postdemokratisches Zeitalter bemerken können. Und ein zweites typisches Merkmal des allmählichen Überganges in ein postdemokratisches Zeitalter ist der, und keine Angst, das wird jetzt sehr viel kürzer, ist der Umstand, dass die wesentlichen Kontroversen über die großen Rechtsfragen und Fragen der Rechts- und Verfassungsänderung nicht mehr dort stattfinden, wo sie hingehören, nicht im Parlament, das Parlament wird dann schrittweise zu einem reinen Akklamationsorgan, sondern ganz woanders stattfinden, nämlich im Bundesverfassungsgericht. Da werden sie dann quasi nachgeholt. Das war schon so der Fall bei der Klage gegen das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Maastricht. Das war dann wieder so bei der Klage gegen das Zustimmungsgesetz gegen den Vertrag von Lissabon, wo ja in der Sache dann jeweils viel erreicht worden ist von den Klägern. Und das wird jetzt möglicherweise auch jetzt bei dieser Klage gegen die Grenzöffnung wieder so sein. Das müssen wir dann mal sehen, ist jedenfalls meine Hoffnung. Diese Klage, Sie können die Klageschrift übrigens nachlesen. Ich habe sie ins Internet gestellt, Sie können sie auf meiner Internetseite, www.ulrich-fosgerau.de können Sie nachlesen und im Stichwort Bundesverfassungsgericht. Wir haben die gleich ins Internet gestellt, weil als ich zum ersten Mal über diese Klage gesprochen habe öffentlich, da gab es schon zwei Stunden später auf Handelsblatt Online eine Fundamentalkritik eines Speyerer Kollegen, der immer alles gut findet, was die SPD so will, mit einer vernichtenden Kritik, warum diese Klage völlig unsinnig sei und unzulässig. Der konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelesen haben. Wir haben sie zwar den anwesenden Journalisten auf einer Pressekonferenz in Papierform in die Hand gedrückt, aber zwei Stunden später konnte der in Speyer noch gar keine Kenntnis davon haben. Der hatte sich offenbar ein paar Sachen durchtelefonieren lassen und hat dann gleich kommentiert und um diesen Dingen die Spitze zu nehmen, habe ich mich sofort entschlossen, die Klageschrift dann öffentlich zu machen und seither ist die Kritik verstummt. Es ist auch eher Schweigen im Wald. Ich hätte mir eher gewünscht, dass ich sozusagen eine breite Debatte im öffentlichen Recht über meine Verfassungsklage kriege. Das ist auch nicht passiert. Also diese einfache Kritik, wo die Leute sagen, ist schon unzulässig, die wird nur aus politischen Gründen herum, die ist verstummt. Seit man das Ding öffentlich nachlesen kann, sagt das keiner mehr. Aber es wird auch sonst nicht allzu viel gesagt. Also Sie können sie jedenfalls nachlesen und sie hat eben dieses Thema, was auch im Buch natürlich beschäftigt. Seit rund 60 Jahren ist die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland. Das kann man gar nicht leugnen, das liegt auf der Hand. Aber eben bedauerlicherweise ein Einwanderungsland, das sich kein Einwanderer selbst aussucht. Und die Prozesse der Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland, Sie merken wieder das Thema Postdemokratie, sind durchweg niemals wirklich demokratisch legitimiert worden. Die Einwanderung in den letzten 60 Jahren ist ja gekommen aus zwei hauptsächlichen Quellen. Es waren einmal die Gastarbeiter, die dann also geblieben sind, auch durchaus mit Billigung und Aufforderung der deutschen Industrie. Ist keine Frage, diese Pläne zuerst, die nach zwei Jahren wieder wegzuschicken, denen hat auch die Industrie widersprochen, weil sie gesagt hat, es bringt nichts, alle zwei Jahre neue Leute auszubilden, die wir gerade angelernt haben. Auch hätten die Gastarbeiter in der Türkei damals in den 60er Jahren auch noch gar keine Arbeitsplätze gefunden, wo sie mit ihrer neu erlangten Qualifikation etwas hätten anfangen müssen. Deswegen haben sich schon beide Seiten darauf geeinigt, dass die Gastarbeiter zunächst bleiben. Aber dass dann eine dauerhafte Ansiedlung sozusagen gekommen ist, wo eben auch die Kinder und Kindeskinder jeweils in der Heimat, typischerweise im Heimatdorf, heiraten in Sommerferien, manchmal auch verheiratet werden, wie man hört, und dann zur Familienzusammenführung eben die Familie nach Deutschland geholt wird, das ist niemals parlamentarisch so beschlossen. Auch die weitgehende rechtliche Gleichstellung von Gastarbeitern mit Staatsbürgern ist niemals parlamentarisch so beschlossen worden. Das ist alles zustande gekommen aufgrund der Tätigkeiten des sogenannten Assoziationsrates. Das ist ein internationales Gremium gebildet auf Grundlage des Assoziationsvertrages oder Ankara-Vertrages. Das hat zu tun mit diesem ewigen Beitrittskandidatenstatus der Türkei und ist teilweise auch zustande gekommen durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Es ist aber nicht demokratisch infolge parlamentarischer Debatten zustande gekommen. Das ist das eine, sozusagen die eine große Hälfte der Einwanderung in den letzten 60 Jahren und die andere große Hälfte ist, wie Sie wissen, das Asylrecht, das Asylrecht des Grundgesetzes, was bis auf den heutigen Tag als subjektives Asylrecht ein nationaler Alleingang ist. Das ist wirklich ein deutscher Sonderweg. Das gibt es so auf der ganzen Welt nicht noch einmal und was eben dazu geführt hat, dass wir wiederum einen Zustrom hatten seit den 70er, 80er Jahren von Asylbewerbern. Das führte, bereits erwähnt, 1992, 93 zu dem großen historischen Asylkompromiss, wo man gesagt hat, wir bekennen uns zwar nach wie vor zum subjektiven Asylrecht und schaffen das nicht ab, aber wir sagen, man kann über sichere Drittstaaten nicht als Asylbewerber nach Deutschland einreisen, sondern muss dann vorher Asyl in einem sicheren Drittland beantragen. Dieses wird nun schrittweise eben oder sogar in sehr großen Schritten soll wieder revidiert werden durch eine besondere Auslegung des europäischen Asylrechts, die wiederum ein deutscher Sonderweg ist. Bereits seit etwa 2011 haben wir beobachtet, dass das europäische Asylsystem, das Dublin-III-System sich aufzulösen beginnt oder begann. Das hat eine breitere Öffentlichkeit zunächst gar nicht zur Kenntnis genommen, es war mehr eine Fachöffentlichkeit. Im Jahre 2011 ergingen nämlich zwei wichtige Urteile, bis heute sehr wichtig. Anfang des Jahres vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Ende des Jahres 2011 dann dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sehr widerstrebend, nur folgend, aber doch folgend, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg des Inhalts, dass man Asylbewerber, die eigentlich nach den Dublin-III-Regeln nach Griechenland zurückgeschickt werden müssten, weil ja regelmäßig immer das Ersteinreiseland zuständig ist für sie, dass die also nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden können, weil auch im Zuge der dortigen Staatskrise, Staatsschuldenkrise, also keine menschenwürdigen Lebensbedingungen für Asylbewerber dort garantiert werden können. Und da hat man zum ersten Mal dann bemerkt, aber es war eine kleine Fachöffentlichkeit, der das überhaupt aufgefallen ist, dass offenbar die Regeln des Dublin-III-Systems gar nicht mehr befolgt werden, denn sonst hätten die nicht herkommen können. Interessanterweise hat man auch nie versucht, diesen gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, der im Lissabon-Vertrag ja proklamiert wird, diesen mal räumlich einzuschränken. Ja, weil wenn in Griechenland kein Asyl, wenn nach Griechenland kein Asylbewerber mehr zurückgeschickt werden kann, weil das schlicht menschenunwürdig ist, dann kann das Land ja eigentlich auch nicht Mitglied in diesem Raum der Freiheit, des Sicherheits und des Rechts bleiben. Das hat man zu keinem Zeitpunkt erwogen. Jedenfalls damals, 2011, wurde jedenfalls einer Fachöffentlichkeit klar, dass das Dublin-III-System in der Sache nicht mehr befolgt wurde. Ja, dass regelrecht offenbar eine Schubumkehr im System eingetreten war, denn das Dublin-System sagt ja, das ist der Grundsatz, grundsätzlich ist für jeden Asylbewerber immer das Ersteinreiseland zuständig. Das heißt, alle bleiben in der Päuferie, eigentlich keiner kommt nach Deutschland und da hatte dann eine Schubumkehr eingesetzt, niemand bleibt in der Päuferie, alle kommen nach Deutschland. Die Italiener haben bekanntlich ihren Asylbewerbern jahrelang sogar ordnungsgemäß Zugfahrkarten nach Deutschland gekauft, also nicht etwa so, sondern wirklich ganz ordnungsgemäß eine Zugfahrkarte gekauft, damit auch keiner vor München aus dem Zug heraus komplementiert wird. Und das hat Deutschland seit 2011 ja auch schon geduldet und also die Asylverfahren hier also stillschweigend eröffnet und einfach mitgemacht. Es hat lange gebraucht, bis man das überhaupt auf breiterer Basis bemerkt hat. Woran das liegt, dass diese Schubumkehr eingetreten ist, kann ich Ihnen im Einzelnen hier nicht erklären, weil die Zeit dazu fehlt. Ein einfaches Stichwort, es gibt zwei Systeme, es gibt das Dublin-III-System, was eben sagt, regelmäßig und bei der Ersteinreise ist zuständig. Es sei denn, abgesehen von manchen Ausnahmen, die es zwar gibt, zum Beispiel unbegleitete Jugendliche, die Verwandte bereits in Deutschland haben, das ist dann so ein Fall, wo die Zuständigkeit dann sich wandelt, aber auch da erfolgt natürlich keine Eigeninitiative Einreise nach Deutschland, sondern da werden die ganz ordnungsgemäß vom Ersteinreise überstellt und müssen sich selber drum kümmern. Und dieses Dublin-III-System, das kollidiert aber mit dem Schengen-System, das kollidiert mit dem Abbau der Binnengrenzen, ja, der Abbau von Binnengrenzen, der eben für sich gesehen keine Probleme löst, sondern immer neue Probleme schafft und diese beiden Systeme sind frontal ineinander gefahren. Die einzige Lösung war dann die Aufgabe, die vorübergehende, aber ich glaube nicht, dass es so vorübergehend sein wird, die vorübergehende Aufgabe des Schengen-Systems und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, wobei eben andere Staaten wie Dänemark, die also wirklich Soldaten an der Grenze haben, weil sie verhindern möchten, dass die neuen Deutschen, von denen der Politologe Hervid Münkler spricht, demnächst auch die neuen Dänen werden wollen. Also die anderen Grenzkontrollen, Frankreich und Italien, machen ebenfalls militärisch gesicherte Grenzkontrollen und schicken auch eifrig zurück. Deutschland macht es ja nicht, sondern bei uns werden, wenn überhaupt Grenzkontrollen durchgeführt, sind diese eher symbolische Art und die nach wie vor der Willkommensbewirtschaftung. Ich halte das nach wie vor für rechtlich nicht richtig, da die Wiedereinführung von Grenzkontrollen meines Erachtens jedenfalls bedeutet, dass das nationale Grenzregime wieder aufgenommen wird, inklusive Zurückweisung von allen Personen ohne Pass und Schengen-Wisum und oder die aus sicheren Drittstaaten einreisen. Wir werden das vor dem Bundesverfassungsgericht ausfechten, ich hoffe schon in der allernächsten Zeit. So, ich komme zum Schluss. Wir wollen noch eine große Fragerunde machen. Der Historiker Jörg Barbarowski, hier an der JU, hat bereits früh, auch schon vor mir übrigens, darauf hingewiesen, völlig zutreffend, dass die sogenannte deutsche Asylkrise seit 2015 in Wahrheit eine Staatskrise ist, da ihr Kern eben die massenhafte Nichtbeachtung des geltenden Rechts ist und in der Aufgabe, ja, die Aufgabe dieser Unterscheidung zwischen legal, illegal, verfassungsmäßig, verfassungswidrig. Warum das so ist, das versuche ich in diesem Buch zu analysieren, immer mit dem Vorbehalt, den ich auch schon mal sinngemäß angebracht habe, was die Entscheidung zwischen der Planlosigkeitstheorie und der, ich will nicht sagen Verschwörungstheorie, weil das klingt zu hässlich, das soll man es auch nicht bezeichnen, also die Planteorie sozusagen, die Absichtstheorie gegen die Planlosigkeitstheorie, habe ich das ja sinngemäß schon gesagt, wir werden nicht aufklären können, was wirklich gerade mit uns passiert. Ich kann Ihnen das in meinem Buch auch nicht verraten. Und das liegt schon daran, an der Richtigkeit des Satzes von Hegel, dass die Eule der Minerva erst in der beginnenden Dämmerung ihren Flug beginnt. Das bedeutet, dass das Individuum, das in einem geschichtlichen Prozess selber drinsteckt und ihn täglich vor Augen sieht und ich weiß, was morgen passieren wird, kann niemals analysieren, was eigentlich wirklich um ihn herum passiert, sondern diese Analyse, was ist damals eigentlich geschehen, worum ging es eigentlich, wer hat eigentlich was gemacht, das geht immer erst in der geschichtlichen Rückschau, wenn das Zeitalter inzwischen ein anderes geworden ist und wenn die Historiker auf unser Zeitalter zurückblicken werden und dieses als etwas Fremdes und Vergangenes sehen werden, dann besteht erst der notwendige Abstand. Also ich bin selber als historisches Objekt in diesem Geschehen drin und kann daher keine klaren Analysen liefern. Ich kann es nur allenfalls versuchen und meine Analyse würde etwa in die folgende Richtung gehen in mehreren Schritten. Bin gleich durch. Also erstens, die Europäisierung und die Internationalisierung des Rechtssystems führen dazu, dass das Recht immer detaillierter und schwer verständlicher wird, selbst für die Experten. Dies liegt auch daran, dass etwa das europäische Recht ja nicht aus lauter klaren Regeln besteht, wenn dann, ja, wie eine gut gemachte zivilrechtliche Regelung, sondern das europäische und erst recht das internationale Recht, das besteht aus oft in sich widersprüchlichen Formelkompromissen, die das Ergebnis letztlich ergebnisloser internationaler Verhandlungen gewesen sind und wo dann eben eine Rechtsnorm rauskommt, wo sich ganz diplomatisch jede Seite das raussuchen kann, was sie für am besten hält. Obwohl aber diese Regeln eigentlich keine Regeln sind, sondern vage und oft in sich widersprüchliche Allgemeinprinzipien, gehen doch diese europäischen Regeln dem parlamentarisch legitimierten nationalen Parlamentsrecht eben vor. Sie bleiben aber undurchschaubar, so wird das Recht immer undurchschaubarer und das führt zu einer merklichen Zurückhaltung beim juristischen Fachstab, auch bei den Professoren etwa, gegenüber politischen Entscheidungen. Selbst ein Experte für Europarecht, der von der neuesten Regierungsentscheidung hört, zum Beispiel jetzt bilaterale Verträge mit Spanien abzuschließen, damit wir das Recht anwenden dürfen, hält sich erstmal zurück und denkt, die werden sich schon irgendwas bei gedacht haben, also die müssen sich doch auch irgendwie beraten haben und die haben doch auch die Beamten, da vielleicht habe ich was übersehen, ja, und so wird man immer zurückhaltender, selbst offensichtlich groteske Dinge, Dinge, wo man selbst als Laie feststellen kann, dass sie nicht richtig sein können, überhaupt zu kritisieren und überhaupt anzugehen. Die Professoren werden dann immer braver. Gleichzeitig wird die Politik geradezu dazu eingeladen, sachwidrige, schädliche Maßnahmen, die sie etwa auf Rücksicht auf die Medienmeinung durchzusetzen versucht, mit dem Verweis auf angebliche europäische oder internationale Vorgaben zu begründen. Die Öffentlichkeit hat sich längst daran gewöhnt, dass sie das Europarecht, das internationale Recht nicht durchschaut, genauso wenig wie das weltweite Währungswesen oder die Probleme des Bankwesens und dann nimmt man das irgendwie so hin. Selbst in den Fällen allerdings, wo die Berufung der Regierung auf umzusetzendes Europarecht vollkommen zutreffend ist und überhaupt keine rhetorische Strategie, um Kritik abzubüben, sondern es stimmt hundertprozentig. Ja, wir sind hier gebunden durch eine europäische Richtlinie, etwa im Umweltrecht. Selbst wo das stimmt und hundertprozentig richtig ist, muss man folgendes sehen. Das europäische Recht ist nach dem Vorbild überhaupt nicht unseres Verwaltungsrechts oder unseres Verfassungsrechts gebaut, das ist ein anderer Planet, sondern es ist gebaut nach dem Vorbild des französischen öffentlichen Rechtes. Und das funktioniert völlig anders. Das französische öffentliche Recht ist nicht die Rahmenordnung, der äußere Rahmen und damit auch die äußere Grenze aller Politik, die Schranke aller Politik, ja, wo man dann als typisch deutscher Rechtsstaatvertreter immer sagt, wir dürfen unser Ziel, so wichtig es auch sei, aber auch nur mit rechtsstaatlichen Mittel verfolgen, ne, ist dem Franzosen erstmal fremd. Im französischen Rechtsdenken ist das Recht ein Instrument zur Verwirklichung politischer Ziele. Der Politiker, also vor allem der Président an der Staatsspitze, der ist gewählt. Das ist sozusagen der Volkskaiser und der muss jetzt seine Ziele, der darf jetzt seine Ziele umsetzen und als Instrument steht ihm das Recht zur Verfügung, nicht etwa als sein äußerer Rahmen. Und diese politischen Ziele wiederum, die man dann mit Hilfe des Rechts zu verwirklichen sucht, die werden wiederum als außerrechtlich und vorrechtlich begriffen. Ganz anders als in der deutschen rechtsstaatlichen Tradition. Und das wird über das Europarecht auch ins deutsche Rechtsdenken transferiert. in der Folge ist dann das Recht und selbst das Verfassungsrecht nicht mehr, wie es sonst immer war bei uns, wie es bei Kant noch nachlesen können, das Höchste, was in der Welt ist, sondern als dieses Höchste kommen dann ganz andere Ziele in Betracht. Allgemeinpolitischer Art, universalmoralischer Art, Ziele und Ideen wie etwa Gerechtigkeit, bunte Vielfalt, Toleranz, multikulturelle Gesellschaft, gleiche Teilnahme und so weiter und so fort. Das sind dann die hohen Ziele, denen Recht und Verfassung dann nur noch zu dienen haben. Das übernimmt dann die Politik sozusagen als Handlungsmaxime. In der Folge wiederum wird die Rechtslage, die natürlich einem gelernten Verfassungsrechtler wie mir heilig ist, zu einem Argument unter vielen. Die Rechtslage ist nur ein Argument, es gibt viele andere Lagen, es gibt die öffentliche Morallage, es gibt die Medienlage, es gibt die veröffentlichte Meinungslage und Politiker denken ja immer auch von der Lage her. Sie denken von Tag zu Tag in wechselnden Lagen, müssen sie wahrscheinlich auch so machen und mit der Zeit beginnen dann Journalisten, zumal die Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Rolle zu spielen, die früher die Verfassungsrechter gespielt haben. Die große Frage der Politik ist nicht mehr wie früher, denken Sie an die Ostverträge und solche Sachen, die große Frage ist nicht mehr spielt die Verfassung da mit, was wird das Bundesverfassungsgericht sagen, sondern die große und entscheidende Frage in der Politik ist dann, machen die Massenmedien mit. Werden die Massenmedien mitmachen und so beginnt sich eigentlich auch der rechtliche Diskurs aufzulösen. Die Professoren merken nämlich, die Juraprofessoren, Leute wie ich, die merken nämlich, sind ja sehr intelligent, dass das Spiel sich gewandelt hat, dass die Regeln andere geworden sind, dass sie nicht mehr als Juristen den Maßstab der Richtigkeit in der Hand halten, mit dem sie gegenüber der Politik effektiv sagen können, das dürft ihr noch und das dürft ihr nicht mehr, sondern das machen nunmehr die Medien. Die Juristen haben nur noch die Aufgabe, sozusagen als Pressesprecher der Regierung tätig zu werden und in den Medien darzustellen, warum die Gegner der Regierung, warum die Skeptiker der Masseneinwanderung so daneben liegen mit ihren Vorstellungen, dass es sich nicht lohnt im Einzelnen über ihre Argumente nachzudenken. So werden dann eben die Professoren zu Pressesprechern und die Fernsehjournalisten zu Experten. Ja, und das versuche ich im Buch einigermaßen in gedrängter Form zusammenzufassen, offen zu legen und zu analysieren. Das Ergebnis ist, Demokratie und Verfassungsstaat in der Bundesrepublik Deutschland sind in eine Krise geraten. Hiervon suche ich zu berichten. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.